Aus dem Studio 449 in Köln, die Harald Schmidtschuh, heute mit der absoluten Welt-Sensation. Sie sind der Harald Schmidtschuh. Jawohl. Wie geht's dir? Ah, super. Und selber? Helmut Zellert und Ben. Wie heißt dieser Berg? Olym. Ja, Olym, das ist das Tolle bei unserem Publikum. Es bringt eine Grundbildung mit. Ein Hoden, unkontrollierter Harnfluss. Warum trug er dann die Schambehaarung im Gesicht? Man kann doch nicht sagen, hör auf! Nun muss das sein, voll in der Elf. Hacke, stramm. Das ist ein A. Ein A. Wenn dir nicht heimkommst, sag ich, ist Haus in Luft. Schock mal die Tula. Meine Damen dahinter, seid anständig, gell? Sonst komm ich hintere und mach Schnitzelklopfer. Er hat ihm das Glied abgeschnitten. Das klingt jetzt für Sie nach RTL 2. Viele kennen das, weil sie nach Ehestreitigkeiten ihre Frau nicht durch den Ausfluss in der Wanne kriegen. So, was hältst du denn davon? Ja, das ist mir irgendwie, erinnert mich an meine Ex-Frau. Oh komm!